Ja Freunde, Fachwerk ist ja besonders bekannt dafür, dass es im Winter auch mal ein bisschen kühler wird, besonders bezüglich der Zugluft. Und wir haben uns auch lange gefragt, warum es hier bei uns an dieser Außenwand so zugig ist und so viel Luft irgendwie durch die Ritzen kommt. Jetzt haben wir das Problem gefunden, das Fensterstand die ganze Zeit auf Kipp. Da muss man natürlich erstmal drauf kommen. So, Fenster-Zug-Problem gelöst. Folgt mir gerne für weitere Energiespartipps.